Die Krähen-Füßen-Behandlung, eine sehr häufige Behandlung bei Frauen im mittleren Alter, aber auch bei Frauen im jungen Alter. Es kommt immer darauf an, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Das ist mal eine Injektionstechnik, die wir nicht so häufig zeigen, aber hier bei der Patientin indiziert ist, damit wir auch die Augen etwas größer darstellen können und leicht katzenförmigartig das Ganze darstellen. Das gelingt nicht bei jeder Patientin in dieser Art und Form. Man sieht hier auch, dass wir am Unterlid etwas spritzen, also hier weiter hinausgehen, wie die normale Krähen-Füßen-Behandlung. Das liegt daran, dass wir in der Regel die Behandlung immer harmonisch zum Gesicht anpassen und dementsprechend nie nur Regionen behandeln, sondern insgesamt das Gesamte auch immer im Vordergrund halten. Und ich denke, die Patientin kennt das auch von uns, schaut sich das im Spiegel an und denke, sie wird genauso zufrieden sein wie alle unsere Patienten, die wir bisher hier gezeigt haben.